Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde, nach dem Ebenbilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib erschuf er sie, den Atem des Lebens hauchte er in sein Angesicht. Und der Mensch wurde zur lebendigen Seele. Mit Fürth und Hoheit angetan, mit Schönheit, Stärk und Mut begann, Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Genehmend aufgerichtet, steht der Mensch, mein Mann und König der Natur. Untertitelung des ZDF, 2020